So, heute mit etwas schwungvoller Musik, wenn du magst, ein bisschen Gymnastik auf den Hocker. Versuch auf dem Hocker locker zu sitzen und erstmal locker die Arme mitzunehmen, die Füße locker tippen lassen, auf den Zehen einfach locker tippen. Du kannst dann auch die Fersen locker vorschieben, lass auch den Rest des Körpers schön locker. Du kannst meinen Musikvorschlag folgen oder suchst dir selbst etwas rhythmische Musik raus und dann versuch einmal Ferse, Spitze, Ferse, Spitze, ganz locker. Das mobilisiert deine Sprunggelenke, mobilisiert auch die Knie und ist schön locker, flockig am Anfang, um reinzukommen, anzukommen, warm zu werden. Etwas Hockergymnastik für alle, die nicht auf die Matte gehen können oder auch vielleicht nicht auf die Matte gehen wollen, weil sie vielleicht im Garten ein bisschen arbeiten wollen oder wo auch immer. Und dann versuch auch deine Schultern einmal zu heben, zu sinken, die Schultern rauf und tief zu nehmen, dass auch der Bereich des Schultergürtels gelockert wird, mobilisiert wird. Dann auch einzeln im Wechsel die Schultern rauf und tief. Versuch die Schultern dann auch schön bewusst zu kreisen. Und dann im Wechsel schön locker die Schultern kreisen lassen. Und dann die Arme noch etwas größer mit ins Kreisen nehmen. Schöne große Kreisbewegungen. Dann nimm dein Oberkörper von Seite zu Seite ins Neigen. Und versuch den Oberkörper locker dann auch von Seite zu Seite zu drehen. In ganz lockere Bewegungen mit kleinen Nachfedern für die Faszien, den Oberkörper von Seite zu Seite locker drehen. Lass deinen Kopf dann auch locker von Seite zu Seite im Halbkreis gehen. Den Schulterbereich schön locker lassen, den Kopf locker von Seite zu Seite gehen lassen. Und dann das Kind so ein bisschen an Schlüsselbeinen entlang wandern lassen. Und dann nimm dir ein Terraband oder anderes Band, wenn du hast. Setz dich einmal drauf. Halte es so, dass du durchaus einen guten Widerstand spürst. Und nimm kraftvoll deine Arme dann rauf und tief. Versuch die Arme zu heben, zu senken. Kraftvoll deine Arme rauf und tief zu nehmen. Solltest du mit deinen Schultern Probleme haben, kannst du die Übung auch machen. Und gehst, wenn das Probleme macht nach oben zu gehen, halt nicht ganz so weit rauf. Gehst dann halt nur so weit rauf, wie es möglich ist. Nimm immer die Variante für dich, die angenehm ist. Und dann versuch, dich nochmal zu recken, zu strecken, lang zu ziehen. Im Wechsel geht ein Arm tief, ein Arm rauf. Und du nimmst den Oberkörper auch nochmal so ein bisschen mit. Recken, strecken. Sich nochmal schön ziehen. Eine Seite des Bandes immer schön unter Spannung raufziehen. Nimm dir das Band dann einmal vor und versuch in Vorhalte die Arme zu öffnen, zu schließen. Die Arme zur Seite in Schulterhöhe öffnen und wieder nach vorn, sodass vorn das Band natürlich unter Spannung bleibt. Du kannst das Band so wie ich doppelt nehmen. Das musst du aber auch nicht, je nachdem, was du vielleicht auch für Bandstärke gewählt hast. Fass es immer so, dass es unter Spannung ist. Und dann zieh schön nach hinten auch die Schulterblätter zusammen. Auch Hockergymnastik kann durchaus eine anstrengende Gymnastik werden. Nimm zwischendurch dann auch einmal schön die Arme ins Kreisen. Versuch Mobilität in den Schulterbereich zu bringen, in den Schultergürtelbereich. Obere Rücken ganz locker. Versuch zu kreisen mit den Armen. Auch nochmal in die andere Richtung die Kreise schreiben. Mobilisiert, lockert. Für den einen oder anderen ist es durchaus auch eine kleine koordinative Sache. Den Kopf kannst du auch nach vorn schauen lassen oder ihn eben locker mitnehmen. Und nimm dir dann das Band noch einmal so, dass du deine Unterarme vor und zurück nehmen kannst. Versuch dabei das Band nicht zigmal rumzuwickeln, dass die Hände nicht abgeschnürt werden. Einmal reicht. Und dann die Oberarme dicht am Körper lassen. Die Unterarme vor und zurück. Auch hier das Band immer so nehmen, dass du für dich selbst einen annehmbaren Widerstand spürst. Und dann geh mit dem Band unter einen Fuß und versuch dein Band zu strecken, zu beugen. Sehr gut, um das Knie ohne Belastung zu mobilisieren. Gerade für Leute, die wirklich mit den Knien auch Probleme haben, ist das eine schöne Übung, um natürlich die Muskulatur zu kräftigen, die fürs Knie wichtig ist. Das Knie aber auch schön in Bewegung zu bringen, dass das Gelenk bewegt wird, die Knorpelmasse genährt wird, ohne dass Belastung auf dem Knie ist. Einfach vor und zurück, die Arme halt schön dicht am Körper. Und dann das Ganze auch einmal so, dass du den Fuß ins Beugen und Strecken nimmst. Wenn du dein Bein lang gestreckt hast, den Fuß beugen und strecken. Dann kannst du das auch schön langsam machen. Eine deutliche Beugestrickbewegung im Sprunggelenk. Das Bein schön oben halten. Mobilisiert in dem Fall dein Sprunggelenk. Sprunggelenk ist aber auch gleich eine Kraftübung, weil du dein Bein ja doch gegen die Schwerkraft oben hältst. Trainiert also auch das Hüftgelenk mit in dem Fall. Und dann versuche nochmal, den Unterschenkel zu beugen, zu strecken. Diesmal aber so, dass dein Fuß und dein Knie etwas nach außen zeigen. Auch nochmal eine ganz wichtige Übung. Vor allen Dingen für dein Kniegelenk. Weil die meisten mit dem Knie eher nach innen gerichtet sind. Die äußere Muskulatur etwas vernachlässigt ist. Schau, dass du wirklich das Knie schön nach außen gedreht hast. Wenn es dir möglich ist, den Fuß nach außen gedreht. Knie und Zehen sollten, wenn du das Bein strickst, an einer Linie sein. Und dann versuche das Bein lang gestreckt auch nochmal zu haben. Und dieses lang gestreckte Bein nochmal zu heben, zu senken. Dann haben wir wieder eher die Hüfte im Programm. Wenn es dir zu schnell geht, dann stoppt zwischendurch vielleicht das Video. Ich versuche viele Übungen zu zeigen und versuche auch immer zu wechseln. Dass nicht zu lange Belastung auf einem Muskel oder auf einem Gelenk ist. Weil ja doch alle, die so vor dem Video sitzen, sehr unterschiedlich von ihrem Fitnesszustand sind. Versuche es auf dich einfach anzupassen. Das Bein dann einmal wechseln. Erstmal mit der Übung beginnen, bei dem du einfach nach vorn praktisch so einen kleinen Kick machst. Also den Unterschenkel ins Beugen und strecken nimmst. Oberschenkel parallel zum Boden hältst. Durch das Band ein bisschen unterstützt. Es geht natürlich auch alles ohne Band, aber es ist auch mit Band völlig in Ordnung. Vor allen Dingen, wenn man irgendwelche Probleme mit Hüfte oder Knie hat. Lass das Bein dann wieder schön gestreckt. Bein parallel zum Boden und versuche deinen Fuß wieder bewusst im Sprunggelenk zu beugen und zu strecken. Das Bein schön lang zu lassen. Du mobilisierst in dem Moment dein Sprunggelenk. Trainierst natürlich auch dadurch die Wadenmuskulatur und durch das gerade Halten des Beines. Wird natürlich auch die Hüftmuskulatur trainiert, weil diese das Bein natürlich auch oben hält. Mit kleiner Unterstützung durch das Band. Und dann nimm noch mal für die äußere Muskulatur deinen Oberschenkel schön eingedreht. Stricke und Beuge noch mal. Knie sollte so nach außen zeigen wie die Zehen. Knie und Zehen immer in einer Linie. Schön das gesamte Bein schön nach außen gedreht. Aus der Knieschule eine wichtige Übung. Immer natürlich auch schauen, dass dein Oberkörper schön aufrecht bleibt. Du deine Schultern wieder hochziehst noch hängen lässt. Bauchnabel schön zur Wirbelsäule gezogen lässt. Und versuche dann kraftvoll auch noch mal dein langes Bein zu heben, zu senken. Schau, dass du nicht in Versuchung kommst, zu sehr zu helfen mit dem Band oder zu sehr in Schwung zu gehen. Bleib bei geführten Bewegungen. Führe dein Bein. Stoppe dann langsam, lass den Fuß aufgestellt, das Band noch da und nimm dann mit der gegenüberliegenden Seite den Arm zurück und wieder ran. Stell dir das Band so ein, dass du einen guten Widerstand spürst. Zieh einmal zurück und wieder ran. Der Arm geht einmal so ein bisschen nach oben und dann Richtung Knie. Zieh schön weit rauf und wieder zurück. Trainiert wunderbar deine Rückenmuskulatur. Kraftvoll fasst das Band so, dass du einen für dich ausreichenden Widerstand hast. Einmal schön weit zurückziehen und wieder ran. Versuch, wenn es möglich ist, ruhig so ein bisschen hinter deinem Körper zu landen mit dem Arm und wieder schön vor. Der Oberkörper bleibt dabei aufrecht. Auch das Brustbein bleibt eher aufrecht. Und dann wechsel auch einmal zur anderen Seite. Also, dass du das Band mit dem anderen Fuß hältst. Und auch hier den Arm wieder schön weit zurückversuchst zu führen. Und vor einmal den Arm weit zurück. Der Oberarm ist immer ungefähr auf Schulterhöhe. Und dann geht der Arm nach vorn Richtung Knie. Die Hand so ein bisschen diagonal Richtung Knie. Oberkörper bleibt aufrecht. Du gehst mit aufrechten Oberkörpern die Bewegung. Zieh schön weit zurück. Zieh dein Schulterblatt praktisch mit dem Arm so Richtung Wirbelsäule hin. Schau, dass du einen guten Widerstand spürst. Und dann nimm das Band einmal um beide Füße. Die Fersen aufgestellt. Knie sind natürlich gebeugt. Und zieh beide Arme dicht am Körper zurück. Ich versuche das Ganze etwas von der Seite zu zeigen, weil es dann vielleicht deutlicher wird. Zieh etwas nach hinten. Die Ellbogen ziehst du dabei nach hinten. Und kannst den Oberkörper dann so ein bisschen in die Ruderbewegung sozusagen mitnehmen. Den Oberkörper aber mit geradem Rücken vor und zurück. Wer etwas unsicher auf dem Hocker ist, geht schon vorsichtig halt so weit, wie es möglich ist. Wenn dir die Oberkörperbewegung zusätzlich da irgendwie auch Angst macht, dann nimm einfach nur die Arme vor und zurück. Schau aber, dass du deine Arme halt gebeugt nach hinten ziehst. Man zieht praktisch eher so die Schulterblätter nach hinten und die Elbogen nach hinten. Nicht irgendwie ins Strecken gehen. Die Arme bleiben immer ungefähr in der gleichen Beugung. Rudern auf dem Hocker vor und zurück. Und dann versuch vielleicht auch mal deine Arme etwas höher zu nehmen, dass du praktisch die Elbogen so ungefähr auf Schulterhöhe außen noch mal nach hinten ziehst, die Schulterblätter hinten schön zusammen ziehst. Ich versuch es dann noch mal nach vorn zu zeigen. Der Oberkörper geht vor, die Arme auch etwas vor und zurück. Stell dir das Band so, wie du es brauchst. Füße schön so ein bisschen Hüft-Schulter breit, dass du sicher bist auf dem Hocker. Und dann zieh nach hinten noch mal die Elbogen in Schulterhöhe zurück. Die Schulterblätter hinten schön zusammenziehen. Das ist dann noch mal so ein bisschen Aufwärtsrudern sozusagen. Und dann nimm das Band, wenn du die Möglichkeit hast, so wie ich, einmal nach hinten. Dann könnte man, wenn man es hinten festmachen kann, nämlich schön die Bauchmuskulatur trainieren. Wenn du keine Möglichkeit hast, das Band irgendwo hinten festzumachen, geht das natürlich auch ohne Band, ist dann eben nicht ganz so intensiv. Der eine oder andere, der im Fitnessstudio oder beim Sporty schon war, kennt dieses Übungsgerät, das wir hier mit dem Tiraband nachstellen. Und dann sicherlich, da gibt es ein direktes Gerät für. Versuch deinen Oberkörper vorzuziehen und zurück. Und zwar rollst du dich so ein bisschen ein. Praktisch wie bei Bauchübungen, die du sonst auf der Matte machst. Wenn du deine Sit-Ups machst, rollst du jetzt den Schulterbrustkorbbereich nach unten ein und richtest dich wieder auf. Und wenn du die Möglichkeit hast, dein Band hinten festzumachen, hast du dabei so ein bisschen Widerstand. Und das ist natürlich intensiver. Wenn man jetzt die Möglichkeit nicht mit dem Band hat und vielleicht einen Partner zu Hause hat, dann kann der vielleicht auch einen Moment stehen und das Band halten. Dann hat auch der gleich eine Kräftigungsübung mit dabei. Okay, nur mal als Idee für eine Bauchübung, wenn du nicht auf die Matte kannst, nehmen dann noch mal das Band um einen Fuß und versuchen ins Radeln zu gehen. Noch mal zwischendurch eine Übung fürs Knie. Ich mache absichtlich die Übungen sehr abwechslungsreich, dass nicht hintereinander weg das Knie zum Beispiel belastet wird. Ich werde demnächst auch aus der Knieschule dann noch direkt nur Übungen fürs Knie oder nur Übungen für die Schulter oder so. Das wird demnächst auch folgen. Hier wollte ich aber für alle, die auf den Hocker gerne Übungen machen, ein paar Ideen geben. Das Radeln auch einmal auf der anderen Seite. Einfach radeln. Es bringt wieder Mobilität ins Knie. Radfahren ist sehr gut, auch bei Knieproblemen. Das Rad muss dann aber natürlich dringend richtig eingestellt sein. Und hier wollte ich jetzt nur, dass keiner sich überlastet und wechsel deshalb auch die Übungen immer mal ab, dass unterschiedliche Muskeln, unterschiedliche Gelenke gearbeitet werden. Einfach locker ins Radeln gehen. Und dann nimm dir das Band nochmal nach oben und versuche deine Arme einmal vor dem Körper und hinter dem Körper tief zu nehmen. Einmal vor deinen Körper, einmal hinter deinem Körper tief und rauf. Für alle, die wieder Schulterprobleme haben und zum Beispiel das mit dem Band hinter dem Kopf nicht machen können, die bleiben eben nur vorn. Besuch immer einfach in dem Bewegungsradius zu bleiben, der für dich möglich ist. Die Elbungen sind immer die, die am weitesten unten sind, also nicht deine Arme ganz und gar irgendwie ins Strecken bringen. Schau auch immer ein bisschen auf deine Handgelenke, wenn du mit dem Band arbeitest, dass du die nicht zu sehr abgeknickt hast. Und dann versuche hinten zu bleiben, wenn es geht und einmal die Arme zu strecken, zu beugen. Ich versuche es auch extra nochmal so zu zeigen. Dass du es vielleicht nochmal besser sehen kannst. Hinten lassen die Arme ungefähr auf Schulterhöhe und versuch sie zu strecken, zu beugen. Na wunderbar, strecken, beugen. Versuche dann einen Arm nach oben, einen nach unten zu nehmen. Versuche es auch immer nochmal von hinten zu zeigen und versuche beide Arme einfach zu strecken, zu beugen. Training für den Armstrecker. Einfach beide Arme strecken, beugen die Elbungen dicht am Körper und dann versuch zu strecken, zu beugen. Das Band kannst du einzeln oder doppelt haben. Versuch hinten auch nochmal die Arme schön lang zu haben und nochmal schön nach außen zu ziehen. Deine Hände zeigen die Handflächen so ein bisschen nach innen. Und dann ziehst du nochmal nach außen. Eine ganz wichtige obere Rückenmuskulatur für die Aufrechthaltung des oberen Rückenbereichs, der bei uns oder bei den meisten immer so ein bisschen nach vorne auch fällt, weil diese Muskulatur leider sehr vernachlässigt wird im Alltag. Und die andere Seite dann für den Armstrecker. Einfach, dass der andere Arm nochmal oben ist. Man streckt und beugt ja beide Arme. In beiden Armen wird auch der Armstrecker gearbeitet. Der obere aber aufgrund der Haltung noch etwas intensiver, weil der gleichzeitig natürlich dann auch nochmal schön gegen die Schwerkraft, nicht nur gegen die Kraft des Bandes arbeitet. Das wirst du sicherlich auch spüren. Die Schulter lass schön locker, den Bauch schön fest. Brustbein strahlt schön nach vorn. Du sitzt immer schön aufrecht. Und dann versuch einfach das Band um den Rippenbereich hinten zu haben und nach vorn locker zu buxen. Na, dass nach den ganzen Kräftigungsübungen du einfach einmal locker boxt. Durch das Band ist zwar auch nochmal etwas Kräftigung dabei, aber boxt ruhig erstmal schön locker. Die Arme dann nochmal wie beim Schwimmen, wie beim Brustschwimmen versuchen zu bewegen. Kraftvoll mit dem Band unter Spannung nach vorn ziehen und dann kreisend nach hinten gehen. Schön aufrecht sitzen. Auch dein Brustbein ist schön strahlt, schön gerade nach vorn, Bauch schön fest. Und dann versuch nochmal kraftvolle, kreisende Bewegungen. Stoppe dann langsam und nimm dir das Band nochmal unter deinen Fuß. Ruhig einzeln erstmal probieren. Wenn du merkst, dass es dir zu wenig ist, dann kannst du immer noch doppelt nehmen. Und versuch dann den Bizeps-Curl, den Arm einmal zu beugen, zu strecken. Wie gesagt, kannst dann auch beide Bänder nehmen in die Hand, falls du merkst, einzeln ist doch zu wenig. Es kommt immer ja auch ein bisschen darauf an, welcher Farbe Band du hast. Wenn du das Original-Terraband hast, ist gelb leicht, rot mittel und grün stark. Und dann wird es mit blau nochmal schwieriger. Versuch den langen Arm dann fürs Schulter-Training auch etwas zur Seite gehen zu lassen. Da reicht meistens wirklich ein Band. Außer natürlich, wenn du merkst, nee, reicht mir nicht, nimm ruhig beide. Versuch nach außen, den langen Arm zu heben, zu senken. Und das Ganze dann auch einmal auf der anderen Seite. Erst nochmal Bizeps-Curl. Entscheide, ob ein oder beide Bänder in der Hand sind. Schau auch, dass das Band so ist, dass es dich nicht irgendwie behindert. Und dann rauf und tief. Oberkörper bleibt weiterhin immer schön aufrecht. Die Füße etwas weiter aufgestellt. Das bringt auch viel Stabilität nochmal in den Sitz. Und auch hier nochmal kraftvoll versuchen, den Arm zu heben, zu senken. Bei Kräftigungsübungen lässt man den Ellbogen immer ganz leicht gebeugt. Nicht ganz durchgestreckt beim Dehnen. Ja, beim Kräftigen immer ganz leicht gebeugt lassen. Dein Ellbogengelenk. Und dann schau, dass die Bewegung schön aus der Schulter stattfindet. Schultergelenk wird muskulär geführt. Nimm das Band dann zur Seite und nimm dir den Arm schön rüber in den sogenannten Vorschulelefanten. Schau, dass deine Schulter aber nicht rauf geht. Lass die dehnende Schulter auch nicht rauf gehen. Und dann auch einmal auf der anderen Seite. Dann versuch auch nochmal nach hinten die Hand zwischen deine Schulterblätter zu legen. Am Ellbogen schön den Arm etwas nach hinten ziehen. Und das Ganze auch einmal auf der anderen Seite. Schön lang ziehen. Nach hinten ziehen. Schieb dann die Handfläche nach vorn raus und fass mit der anderen Hand nochmal zum Dehnen. Das Ganze auch einmal nach unten. Und auch auf der anderen Seite einmal die Handfläche nach vorn. Zieh sie dann mit der anderen Hand zurück. Und auch nochmal nach unten. Und dann versuch nochmal nach hinten den Arm seitlich so ein bisschen rüber zu ziehen. Und den Kopf in die Gegenrichtung zu nehmen. Dann wird nochmal den Nacken-Schulter-Bereich schön gezogen. Auch auf der anderen Seite. Den Kopf in die Gegenrichtung. Den Arm seitlich so ein bisschen nach hinten rüber ziehen. Ich versuch es nochmal zu zeigen. Und dann schieb beide Arme nochmal schön nach hinten. Die Finger ineinander. Nimm den Oberkörper dann nach vorn. Und lass die Arme auch nochmal schön weit mit rüberhängen. Kopf schön locker hängen lassen. Und langsam wieder rauf. Löse. Schieb dich nochmal schön nach vorn. Mach deinen Rücken so rund wie möglich. Zieh die Schultern vor. Schieb dich auch nochmal schön nach oben raus. Die Handflächen Richtung Decke. Öffne nochmal. Und lass dich langsam nochmal nach vorn fallen. Den Oberkörper nochmal schön locker hängen lassen. Kopfnacken nochmal schön locker hängen lassen. Komm dann langsam rauf. Stelle einen Fuß vorn auf. Schieb den geraden Rücken nochmal so weit vor, dass du im langen Bein eine Dehnung spürst. Oberkörper schön gerade. Becken etwas nach vorn geschoben. Das Bein wirklich schön lang. Du kannst auch versuchen nochmal bewusst die Zehen zu ziehen. Und das Ganze auch auf der anderen Seite. Schieb dich aus der Hüfte, aus dem Becken schön mit geradem Rücken vor. Du kannst wie gesagt auch am Fuß nochmal ziehen, dass du bewusst die Zehen zu dir ran ziehst. Das Bein lässt du schön lang. Also versuch keine Beugung im Kniegelenk zu haben. Langsam dann nochmal raufkommen. Und versuch dein Bein nach hinten zu nehmen. Dass du die Hüfte gestreckt hast. Und wer es kann, der kann auch versuchen die Ferse sogar ganz und gar zum Gesäß ranzuziehen. Ist dann nochmal etwas intensiver. Aber bitte nur, wer es natürlich kann und wer sich auch sicher genug auf dem Hocker fühlt. Ich drehe mich nochmal für die andere Seite so ein bisschen rum. Du kannst die Ferse Richtung Gesäß dich dran ziehen, wenn du dich sicher auf dem Hocker fühlst. Oder eben nur das Bein so nach hinten stellen und den Oberkörper so ein bisschen zurück. Dann wird die Hüfte auch gedehnt. Und nimm die Variante für dich, die du brauchst oder kannst. Und dann stell den Hocker nochmal etwas vor dir. Stell dich hinter den Hocker. Schieb ein Bein schön weit zurück. Versuch nochmal intensiv die Wade zu dehnen. Ein Fuß dicht am Hocker. Ein Weih zurück. Intensiv die Wade hinten dehnen. Die neigen zum Verkürzen die Muskulatur der Wade. Und auch auf der anderen Seite. Schau aber bitte, dass hinten wirklich der gesamte Fuß steht. Wenn deine Ferse in der Luft hängt, dann dehnst du nicht wirklich gut deine Wade. Der Fuß sollte mit der Ferse am Boden wirklich stehen. Wähle den Schritt einfach so, wie es passt. Beide Füße dann nochmal schön weit vom Hocker weg. Lass dich nochmal durchhängen. Schieb dein Brustbein nochmal Richtung Matte. Matte und dann lass die Arme locker und komm Wirbel für Wirbel nach oben aufgerollt. Und dann. Vielen Dank. Bis bald.